Klai, bist du okay? Jill, es ist nichts. Ich werde okay. Klai, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für deinen Samt. Geht's. Auch schon sechs Monate. Unglaublich. Klai, wir sind hier. Klai, wir sind hier. Klai, wir sind hier. Ich habe eine Harden-Nove-Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Tem-Myself. Klai, wir sind hier. 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 Ja? Wenn er hier ist, dann... ... die Disturbenheit, die ich hatte an der Arbeit musste... ...verbrechend sein... ... die Zeit ist später als ich dachte. Was? Oh, dann zits... Ach, ja, wieso? Okay, so we don't get it now. Da has' bok. Das ist das. Das ist der Löwe. Der heißt nicht so, aber das ist ein Name, glaube ich. Wir können ihn anhalten. Wie ging das? Ugo. Ugo Kupka. Ja, genau, das war Titan. Das wusste ich nicht. Tja, ich bin Titan. Ich bin nicht mehr da. Da sind wir gerade. Und sind die jetzt von den Eisernen oder vom Imperium oder? Weiß man nicht. Da merkt ja wieder was anderes. Das ist... Wer hat den Kupka gesagt? Er hat gesagt, Sitz hat ihn. Nein! 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 Ich lasse dich mit dem Rest von deinen Rats, und das ist wie du mich repayst? Ich weiß, wo er ist. Ich will ihn. Flue ihn. Er war, Und ihm ist Gott. Und ihm. Ja. Herr könnte. Ja! Was macht er? Die sind eh im Packet. Welche Überreste vermutlich? Was? Was? Wer ist da drin? War er da drin? Ich will es wissen, aber irgendwie will ich es auch nicht wissen. Der Sinn des Lebens. Gibt es die? Yvril ist erwacht. Clive hat die Kontrolle über die Esper Yvril erlangt. Für euch ihm neue Esper-Fähigkeiten, wie zum Beispiel Feuerrammel zu. Willi mit Rauschleiste ist jetzt verfügbar. Das ist so schön. Yvril teilt sich die Plätze für Esper-Fertigkeiten mit Föhn. Ach so, stimmt. Das war ja Phönix, den wir hatten. Wie die teilen sich ein. Pesle Clives innere Bestie. Vielleicht sollten wir das alle ab und zu machen. Und dann schauen wir uns mal die Fähigkeiten an. Noch mehr Punkte. Verbessern. Was ist er bei tausend, das zu verbessern? Das ist, Moment. Hier hatten wir ja schon die meisten. Glaub ich den 2241. Das sind eher die Normalen-Skill. Nur mal ins Kinn. Na, die ist denn gut. So verbessern die sich nicht von selbst. Seid ihr eher für neue Sachen lernen oder eher Sachen verbessern? Vielleicht erlernen wir einfach mal alle. Den möchte ich eigentlich rausmachen, den Krallen-Tanz. Vergessen. Okay, dir sieht er auch nice aus. Okay, wir lernen, glaube ich, einfach mal. Vieles geht. Könnten wir da noch verbessern. Oder die. Zahm es. Habe ich das eh mal ausprobiert? Ich glaube nicht. Okay, jetzt haben wir noch einen Entwertigkeiten-Punkt, mit dem wir aber nichts mehr machen können. Kannst ja auch jederzeit die Punkte resetten. Genau. Aber wie kann ich das jetzt ausrüsten hier? Okay. Genau. Und wir wollen anstatt Krallen-Tanz. Können wir denn echt den Windschlag machen? Okay. Wie ist das, wenn ich jetzt resette? Also kann ich jetzt zum Beispiel den Windschlag und Orkanrad stärken und den Rest resetten? Und dazu geneigt. Aber Moment. Doch. Doch, genau so. Und hier bleibt die. Gehen wir bald die neuen aus. Könnten wir eigentlich auch. Andere anschauen. Was habt ihr gemeint, wäre gut? Ihr habt mal gesagt, Feuerschweiger eigentlich, oder? Deren Attacken zudem abfangen können. Ich vermute, es ist so gemeint, dass Attacken von Gegnern abgefangen werden können, oder? Ich mag eigentlich die Lohnschwinge ganz gerne. Also. Feuerschweiger ist gut gegen Projektile. Ihr müsst es halt passen, dann lasse ich es. Passen, time. Haben wir eigentlich besser ausrüst. Haben wir ja, Feuerwirbeln nicht mehr drin. Wieso kann ich nur drei Sachen tragen? Ich brauche mehr. Ich hätte auch mal wieder bessere Ausrüstung verdient. Langsam. Okay, wir versuchen das mal so. Ich speichere nochmal kurz. Und dann stellen wir fest, dass das alles ganz furchtbar ist. Und dann gehen wir alle wieder zurück. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Und dann gehen wir alle wieder zurück. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist mein Hündchen? Wo ist er hin? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ah, da ist er. Oh je je je. Aber der ist schon tot. Oh. Ah! Okay, hier! Mit dem kleinen Teimelfiner! Mit dem Teimelfiner! Mit dem Teimelfiner! Einem Gegend noch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah, das wohl mit meinen Trägen! Shit. Okay. Echt langsam ein bisschen ungewössig ist hier. Oh Gott! 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 Okay, hier ist die Ehrlichste gefallen! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt auf mich! Der Tornado ist gerade okay. Jetzt glaube ich wieder raus. Oh Gott! Keiner mehr! Übertreib! Übertreib! Das ist richtig. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, Geh, Geh! Jetzt irgendwie ein kleines Schiezen mit der großen Brüste. Geh, 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 Geh! Ja, das ist das Problem beim Wirbelstürmen. Man sieht einfach gar nichts weg. So, okay, ich spame halt mal. Bisschen Viereck. Ist gut. Oh, God. Oh, no. I'm sorry, Lady Anna. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh. Genau. Schöne! This world judges that, a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Cid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. Alright. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Yeah. Will die einfach alle hier liegen? Moin. Okay. Okay. Thank you. All of you. When you're ready then. Unnöödi. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kuka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Okay. Hat Kuka die geschickt aus Rache. Aber eigentlich, es macht auch keinen Sinn, dass Cid ihm den Boden geschickt hat. Wieso sollte er das machen? Lola aus Paris. Hallo, Lola. Hallo, Lola. Hallo, Lola. Hallo, Lola. Willkommen im Stream. Oder welcome to the Stream. Oder wie auch immer, da sind französisch heiß. Hab ich mal gelernt. Weiß ich nicht mehr. Ich hoffe, du kannst Deutsch oder Englisch. Bei meinen Französischen ist ein bisschen eingerostet. So, und Leute, es ist jetzt auch schon nach 10 Uhr. Und ich glaube, mir würde das für heute reichen. Wir können nur kurz in die Lüge schauen. Ja, Ron. Ach, die älteren Traum. Irgendwie. Was ist los hier? Willst du mir was Besseres machen? Ja, kein Deutsch. Okay. Laufenden Umweg. Was für einen Umweg. Also, damit der mich nicht sieht, ja. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Okay, wir können immer noch Sturmhof machen. Ich dachte, wir können jetzt eine Feuerwaffe machen. Den später, den wir bekommen haben. Aber es sieht schlecht aus. So, irgendwie bin ich begeistert, muss ich sagen. Kann ich was bestärken? Nee, was habe ich in Victus angelegt? Wieso kann ich das nicht verstärken? Wieso kann ich das nicht verstärken? Hallo, Genderfreak. Ich hoffe, ich spreche nicht richtig aus. Salam Aleikum. Du warst gerade auf meiner Startseite, die wurde echt? Uh, okay. Ich bin auf jemandes Startseite. Jetzt fühle ich mich gut. Vielen Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen im Stream. Dann bist du, vermute ich, ein Final Fantasy-Fan. Vermute ich. Ja, und Lola auch ein Final Fantasy-Fan? Der Teil neu oder schon älter? Von Final Fantasy 10? Final Fantasy 10? Also, das ist 16 jetzt. Der kam letzten Monat raus. Irgendwas? Irgendwas? Es regiert mich, wenn ich falsch liege. So ist jetzt Kammer auf. Na gut. Na gut. Gucken wir hart noch in die Sitzkammer. Vielleicht gibt es danach bessere Ausrüstung. Ich freue mich richtig. Du bist sympathisch. Ich esse jetzt und genieße nebenbei deinen Stream. Dankeschön. Dankeschön. Was gibt es denn leckeres? Bei dir ist das nicht Sitzkammer? Ah, ne. Das war die Krankenstätzung. Naja, wirklich. Ich habe noch ein Stomach, aber es ist kein Remedie für was passiert im Eastpool. Ich habe noch genug. Ich habe noch genug. Ich habe noch genug. Jogel wird für mich total. Jetzt bin ich schon auf einer Startseite. Nudelsalat. Oh, das ist lecker. Und das ist auch erfrischender bei dem heißen Wetter. Wir gehen durch diese Tür. Lass uns durch diese Tür gehen. Wie weit bist du schon in der Story? Ich finde das schwierig zu beantworten. Pass auf. Wie weit bin ich schon in der Story? Also jetzt muss ich spoilern ein bisschen. Also für alle, die jetzt keinen Spoiler wollen, die schalten jetzt den Stream eine Minute stumm. Ja, ich bin auf erwachsen, wie man sieht. Ich habe Garuda besiegt. Ich war gerade wieder in... Wenn ich selber wiedergucke. Moment. In... Wo war das? Der Manwald, ich weiß nicht. War das bei der Festung, wo ich mich das erste Mal zu Ifrit verwandelt habe. Da war es. War doch hier irgendwo, ne? Da war das. Ne. Keine Ahnung. Auf der Burg, wo ich Joshua theoretisch getötet habe. Und habe mich jetzt selber besiegt. Und jetzt sind wir wieder hier und schließen uns Sid wieder an. Wie es aussieht. So weit. Ach, nicht so weit. Tatsache. So weit. Spoken true. Forgiveness and, in turn, Salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colorful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Endlich fassen die sich mal an. Ich will mich. Ich will mich. Ich will mich. Aber dann. Mit einem Sprengelden, Feuer und Eis. Dieser Plan und meine, vielleicht einfach funktionieren. Oh Gott, okay. Cool. Da habe ich richtig Lust drauf. Seit früher. So, wie ist das denn? Schloss Weißwürgen. Sind das jetzt wieder neue Menschen? Schloss Weißwürgen. Schloss Weißwürgen. Schloss Weißwürgen. Schloss Weißwürgen. Was ist das? Sie locken Horns mit einem Mann aus dem Meer, senden unsere Soldaten zu der Slauter in der Tausend. Die Empire bleeds, und Sie sitzen hier prattling, wie Kronen in einer Teahouse. Und Sie fühlen sich selbst die Leute von Menschen. Das ist das. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Hier wird ein Verbrechen. Dann müssen wir eine Möglichkeit, um die Bürger zu verabschieden. Wie viel das kostet? Und was von unseren Legionen? Wir werden die Ferds geben? Well, jemand wird mit den Dalmex gewöhnt. Ich werde nicht Sie. Sie haben alles zu tun. Ich werde nicht. Nämlich. Inkt? Wo ist mein Sohn? Der Sohn wohnt nicht wachend? Ich glaube, der war so eh nicht angezogen. Ja, okay. Uff. Also, ich finde es ein bisschen schwierig, der ganze Politik zu folgen. Meine Mutter hat es nicht testen lassen. Ich habe es nicht zu spüren. 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 Aber wo ist es alles? Ich habe es lange nach dem Antworten, bis ich sie stehen vor mir. Da, in den St. St. Krystals, wir schauen, für ihre so-called blessing. Ich habe es nicht zu spüren. Ich habe es nicht zu spüren. Ich habe es nicht zu spüren. Aber ich habe es einen St. Krystals, Sie haben es aus dem equilibrieren. Ich habe es nicht zu spüren. that can be drawn by something that size that's to where it's all going mind where help i can't know everything can i we are taught that the mother crystals the Easter a gift from the heavens for centuries nations have fought and fallen for want of that gift what you see is true how did no one else see it Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups. The gods themselves. So now you want to do something about the crystals. And what? We're not. We're not helping bearers and dominance anymore. I didn't say that. I made a promise, and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms, anyway. It sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one... What say you... Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said, I. But it's nice to have you aboard all the same. Was machen mir jetzt die Kristalle kaputt? Also, Alkohol? Okay, sorry. Ich habe euch, ähm... Bislang ich... Keine Aufmerksamkeit geschenkt, Entschuldigung. Ähm... Wo war ich? Da beim Nudelsalat waren wir. Wie gefällt mir das Spiel? Wie gefällt mir das Spiel? Ähm... Das Spiel gefällt mir eigentlich gut. Ich bin ein bisschen überfordert mit dem Kampfsystem und, äh... Mit der Politik tue ich mich immer schwer, wer zu wem gehört. Und wo wir gerade sind und so. Ja... Wie viele Stunden spielst du schon? Wo kann ich das schauen? Ich spiele jetzt, glaube ich, erst zum dritten Mal so fünf Stunden. Alle höchstens fünfzehn. Alle höchstens. Heute spiele ich erst drei. Also so... Dreizehn. Vielleicht. Also davor schon einen Teil von Final Fantasy gespielt. Jaaa... Jaaa... Ich bin ein sehr großer Fan von Final Fantasy X. Das sind meine Lieblingszahlen. Ich habe daher auch XII gespielt. Sieben. Das Remake von VII habe ich gespielt. VII habe ich angespielt. VIII habe ich angespielt. IX habe ich angespielt. XIII habe ich angespielt. XIII habe ich angespielt und in die Ecke geworfen. XIV, also online habe ich ein bisschen gespielt. Jaaa... Ein paar habe ich gespielt. XIV passt irgendwie nicht. Häääää? Ich bin schon... Irgendwie viel älter. Der ist doch auch viel älter. Das sind die, die dich gefangen hatten. Die mit den Weisen? Wirklich? Der hat sich so angehört, als würde er sich um sein Volk kümmern. Ja gut, aber vermutlich nicht um die Träger. Okay. Okay. Ja, das ist das Schöne als Fire Fantasy X. Dass die Story so ausführlich ist. Ist das jetzt 10 oder 16? Ähm, eine Nachricht wurde gelöscht. Was wurde denn da gelöscht? Was wurde denn da gelöscht? Was wurde denn da gelöscht? Was Böses? Äh... Och, Mann! Hätte ich wieder Viewer kaufen können. Unglaublich! Und meine Mods haben mich wieder blockiert. Unglaublich! Was? Ist das das neue Spiel von... Der J.K. Rowling? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da... Ich vermute du meinst Hogwarts Legacy. Und das ist... Wann kam denn das? Wann kam denn Hogwarts Legacy raus? Ähm... Ja. Das ist Final Fantasy XVI. Und herzlich willkommen im Stream. Und herzlich willkommen Prezi. Weiß nicht wie man das ausspricht. So. Wie stunden siehst du glaub beim Speichern? Moment. Schauen wir nach. Schauen wir nach. Tatsache. Ne. Ne. Doch. Da. 21... 51. Ne. Das ist die Uhrzeit. Ich seh es nicht. Seht ihr das? Ich seh es nicht. Meine Seite. Okay. Okay. Sind deine Haare eigentlich von Natur aus? So rot? Die sind eigentlich nicht blo... rot. Ich hab die... Ich hatte die eigentlich früher immer rot gefärbt. Aber seit ein paar Jahren nicht mehr. Jetzt bin ich dunkelblond. Das kommt jetzt von dem seltsamen Licht. Dass die rötig wirken. Eigentlich bin ich momentan. Momentan bin ich dunkelblond. Ich hatte aber auch schon alle möglichen Haarfarben. Auch blau. Oder grün. Was ist denn hier? Seid ihr heute unanständig in den Nachrichten? Was macht ihr denn? Ärgert nicht meine Motz hier bitte. Aber ja. Ich hab mir auf die Zahl geachtet. Ich hab nur gesehen, dass da was dran steht. Okay. Ja. Also wie gesagt. Ich schippe so auf 13 Stunden. Ist das da Mufasa auf dem T-Shirt oder wie heißt der böse Löwe? Die böse heißt Scar. Ja. Das ist Scar auf dem T-Shirt. Warte. Ich schalte nämlich jetzt auch um. Weil wie gesagt für heute. Der hat mir meine Schwester aus Disneyland mitgemacht. Die war einmal in Paris in Disneyland. Bei einer Austauschschülerin. Und da hat sie mich gemacht. Süß, oder? Ja. Weil wir sind beide große Disney-Fans. So. Wie ich mag auch sagen. Wir beenden für heute den Stream. Und. Ja. Ich werde dann. Wie gesagt. Demnächst. Also ich hab noch ein bisschen Stress mit der Arbeit und Umzug. Aber ich werde dann demnächst wieder einen Streamplan machen. Und ich vermute. Also vielleicht wird es Dienstag und Donnerstag. feste Zeiten. Und eventuell noch ein. Anderer. Abend. Und vielleicht auch am Wochenende. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Weil theoretisch. Theoretisch bin ich ja mit meiner Arbeit jetzt flexibler. Aber praktisch. Praktisch muss ich viele Überstunden machen. Ja. Aber wie gesagt. Ich muss auch noch am Setup bisschen was ändern. Und Lichter richtig einstellen. Ja. Und übrigens hatte ich. Hatte ich vor mir. Demnächst wieder. Die Haare ein bisschen rötlicher zu färben. Mal gucken wie das dann aussieht. Im Stream. Konntest du wegen deinem Rollstuhl nicht mit. Was. Was. Leute. Was ist denn hier los mit euch. Hätt das denn geschrieben. Koala TV. TV. Ich glaube man darf mit Rollstuhl ins. Disneyland. Das wäre sonst schlimm. Bin ich. Nach 10 Minuten. Quatschen wäre cool. Ist gerade voll cozy. Aber ich habe Hunger. Ich will noch was essen. Dann muss ich noch ins Bett. Heute ist für mich tatsächlich noch nicht so lange. Drei Stunden. Ein bisschen was. Normalerweise ist es für mich ein bisschen länger. Aber wie gesagt. Ist gerade alles ein bisschen dressig. Also alles so. Ich bin jetzt Content Creator. Aus Videos drehen. Geh was essen. Ja. Ich geh jetzt was essen. Das mach ich jetzt noch. Und dann geh ich schlafen. Und ja. Ich bedanke mich aber noch mal recht herzlich. Für die vielen, vielen Satz heute. Und das geduldige, geduldige Zuschauen. Weil ich glaube so ziemlich jeder hat das jetzt schon durch. Und ich bin noch ganz. Aber ja. Schön. Schön, dass ich mal wieder dazu gekommen bin. Und ich hoffe das wird jetzt wieder besser. Und ich komme in nächster Zeit öfters zum Spielen. Und. Bye bye. Guten Hunger. Bis dann. Danke. Was gibt's zum Essen? Das weiß ich noch nicht. Das schaue ich jetzt. Und dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht. Meine hübschen. Bis vielleicht über. Ciao, ciao.